Wir müssen Selesl rauspanschen. What? What? Selesl, what the hell? Liebe Pokémon-Freunde, so sieht unser finales Team also nun aus für Flannery. Ich habe einfach mal ein paar Pokémon ins Team gepackt, boah, ich dachte, das könnte was werden. Allerdings haben wir Flannery's Team auch nur zur Hälfte gesehen, denn die hat uns mit ihrem Endhate ziemlich auseinandergenommen. Äh, ja, sie beginnt mit einem Mega-Glurak-Y und einem Selesl, wie heißt das Ding auf Deutsch? Ich weiß es nicht mehr. Was Mogel-Heap kann. Wir werden ein bisschen Glück brauchen, um hier durchzukommen. Wir liegen auf jeden Fall mit unserem No-Six-Pack und Schäfer, unser Hariyama und unser Ampharos, was hoffentlich ganz gut sein wird gegen die beiden hier. So. Jetzt ist halt die Frage, ne, wenn ich Glurak-Fake-Oute, dann kriegen wir quasi, wenn wir, so, wenn wir Power-Gem treffen, kriegen wir einen Instant-Knock-Out. Aber er hat halt einen Mogel-Heap. Die Frage ist, wen er Mogel-Heap-T. Mogel-Heap-Static wäre, ehrlich gesagt, best case. Aber er Mogel-Heap-Six-Pack dieses Mal. Und das heißt, Six-Pack ist... Oh. Boah. Das ist wild. Das ist wild. Uff. Er hat Fireblast und er trifft ihn natürlich auch instant. Ja, leider lief das gar nicht so, wie er hofft. Ist Lumpi-Spitz vielleicht der bessere Starter? So, er wird jetzt natürlich irgendeinen... irgendeinen Flug-Move drücken oder irgendeinen Feuer-Move. Äh, wir gehen auf Rock-Slide. So, das wird natürlich massig resistiert von unseren zwei Drachen. Ja. Und den, äh, Kampf kannst du eigentlich schon wieder in die Tonne kloppen. Weil, äh, wir jetzt sogar noch gebürnt wurden. Naja, Moment. Guys, wir sehen uns gleich. Okay. Ja, äh, damit wir überhaupt irgendwie durchkommen und, ne, weil ich mir gesagt habe, schlechte, schlechte Kämpfe schneide ich einfach raus. Brauchen wir den gar nicht weiterverfolgen. Ähm. Macht er wieder dasselbe? Oder ist, ist, ist der Mogel-Heap, ist der, ist der random? Weil wenn ja, dann brauche ich ein anderes Pokémon im Team. Der ist, der ist, der ist, der ist, der, der ist nicht random. Aber er geht diesmal auf R-Slash. Okay. Das ist nicht der Best-Case, aber es ist auch nicht der Worst-Case. So, Power-Gem ist halt vierfach effektiv, ne. Das reicht nicht, um Chlorak zu killen, Digga. Äh, und Akani mit Extreme-Speed wäre jetzt hier zum Beispiel richtig nice, ne. Aber okay. Hm. Jetzt gehen wir auf Rockslide und ich schätze, jetzt wird einfach ein massiger Feuersturm auf Schäfer kommen. Deswegen gehen wir zu Tortunator, um wenigstens den zu nehmen. So, da kommt die Heatwave. Bitte verbrenn mich nicht. Könnte auch verfehlen, ne. Tut's aber mal wieder nicht. So, verbrenn mal Tortunator, du Sau. Da kommt der Fireblast. Den nehmen wir. Vierfach Resist. Boah, Digga. Das hat so viel Schaden gemacht. So, Leute, ich, äh, gehe bald aus, ne. Citrus-Berry haben wir bald keine mehr. Da freue ich mich schon drauf. So, Chlorak stirbt. Und da kommt jetzt Entei rein. Celestle überlebt noch eine Runde. Hm. Oder kommt Fiaro. Oh. Das ist tatsächlich... Gar nicht mal so bad. Aber er geht natürlich jetzt auf ihn, weil er der Threat ist, ha. Ja, schade. Schade, schade. Marmelade, yeah. Ja, ja. Welp. Kriegen wir ne Para? Nein. Schade. Boah, Digga. Dieser Kampf wird ein Rätsel, was es zu lösen gilt. Okay. Blu-blu-blu-blu-blu. Okay. Okay. Wir müssen Selassel rauspanschen. What? What? Selassel, what the hell? Halt dein dummes Maul, Alter. Als... Als ob du das tankst. Ich hätte für Electro-Web gehen sollen. Oh. Tja. Jetzt kommt da ein NT rein. In der Sonne. Und der kann Solar beam und Läuterfeuer. Okay. Wild. Bitte töte nicht. Es ist kein Stab. Okay, wir arbeiten uns vor. Wir werden ein, zwei neue Pokémon sehen. Bitte Para auf NT. Danke. Du hast ne Lumberry. Oh, okay. Ja, gut zu wissen. Okay. Was hat er noch für Pokémon? Ja, reicht halt wieder nicht, Bro. Komm, nimm den Burn. Stirb. Ja. Oh mein Gott. Das kompetitiv stärkste Pokémon, was es gibt, Alter. Mit Bedroher, mit Mogelheb, mit Abgangstirade, mit allem. Genau, Bro. Genau. Oh mein Gott. Yo. Das wird wild. Okay, Freunde. Wir probieren das aus. Was ich vorhin ausprobieren wollte. Wir fakeouten Charizardo. Er wird halt Schäfer fakeouten. Und im besten Fall kriegt er Statik. Und eigentlich muss ich auf Electrowap gehen, weil Powerjam Glurak ja nicht tötet. Right? Im besten Fall geht er natürlich auf unseren Yenschau, aber da wird er natürlich nicht draufdrücken, weil er weiß, dass wir die Fähigkeit haben. Weil die KI scheinbar einfach smarter ist. So. Schade. Keine Statik. Das Problem mit Glurak ist jetzt... Okay, Glurak muss sich jetzt halt entscheiden, wen er töten will. Er kann mit dem Fireblast auf Schäfer gehen oder er kann mit dem Dingens auf Dingens gehen. Ich hätte gesagt, wir gehen hier auf Tortunator und hier auf ein Electrowap. So, da kommt die Heatwave. Wir kriegen wieder den Burn, ha? Er kriegt nicht die Statik, aber wir kriegen den Burn. Ja, super. Super! Ach, er hat Double Heatwave einfach. Ach so. Ja, und an der Stelle können wir es eigentlich auch schon wieder lassen. An der Stelle können wir es eigentlich auch schon wieder lassen. Alter, wir kommen never ever durch diese Arena durch. Das ist ja das Widerlichste, was ich je gesehen habe. Das ist so Widerlich, weil Zelesel eigentlich ein fragiles Vieh is Fuck ist, ne? Ey, okay, wir probieren das jetzt nochmal. Äh, wir müssen auf die Statik hoffen. Ne? Oh, Digga. Allein das fordert jetzt schon wieder so unfassbar viel. Okay. Wir sind leider nicht schneller. Wir fake outen ihn. Wir könnten hier theoretisch irgendwie wechseln. Die Frage ist, wollen wir wechseln? Keiner ja. Keiner ja. So, wir gehen zu Lumpy. So, er verwandelt sich. So, wir kriegen einen Fake Out auf Lumpy. Das ist okay. Er kriegt einen Fake Out auf Charizardo. So, jetzt ist relativ klar, was passiert. Jetzt werden die auf BVB-Strike sie stürzen. Und, ähm, ich glaube, dass ich an der Stelle einfach Charizardo me firste und auf den, aber dann tötet er mich. Wir haben einen King's Rock und wenn er auf Luftschnitt geht, dann könnten wir ihn sowieso noch mehr flenschen. Wir haben keine gute Antwort, außer Schäfer, maybe. Aber die Heat Wave wird uns halt trotzdem ficken. Ja. Okay. Überleben wir überhaupt die Heat Wave? Brrrr. Ganz knapp, Alter. Don't burn. Er outspeed? Okay. Okay. Krass. Hat Glurak Y einen Speed Boost? Einfach mir einen Schauer ausbieten, Alter. Tschüss. Na gut. Äh, okay. Ja. Ja, 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 ja. Wir haben jetzt halt nur Prio mit Wolfi. Mit Wolfi the Wolf. Und der Intimidate ist jetzt leider weg. Aber ist okay. Bad Tantrum wird Celeste umbringen. Er kriegt jetzt halt noch eine Matchbombe oder eine Hitzewelle raus. Gut und tschüss. So. Was passiert als nächstes? Ante und Talahon Flannery? Ah, nee, warte mal. Das ist der. Dachte gerade, was? Zum Teufel ist ein Flannery, Alter. Hm. Okay. Hier gehe ich raus. Weil da wird jetzt ein Brave Bird kommen. Und vielleicht paralysieren wir ihn. Und ich bin ehrlich mit Lumpy. Lumpy hat nicht genug Leben. Um irgendwas zu nehmen. Was? Okay. Wild. Geht er für Leute Feuer? Er wird wahrscheinlich für Leute Feuer gehen. Stone Edge. Oh, und er misst. Okay, ich weiß nicht. Static auf Talon Flame wäre doch cooler gewesen. Aber wir gehen mal zu Wolfi. Weil damit ist er auf Minus Eins. Auf beiden. Oh, nevermind. Auf Talon Flame. Warum hat er Solar Beam auf Wolfi gedrückt? Das ist wieder so random. Ähm. Okay, wir dischargen. Und gehen zu Captain. Er wird nicht auf Solar Beam drücken, oder? Da kommt der Flare Blitz. Okay. Auf Minus Eins. Trotzdem mit Live Orb. Oh. Okay. Static immerhin. So, bitte NTG auf eine Steinkante auf NT. Das wär's. Das wär nämlich die Strategie. Yes. Okay. Und der kann nicht gekrittet werden. Von daher alles entspannt. Äh. Bitte Para. Oh, warte mal. Der hat eine Lumberry. Gäh. Trotzdem wäre der Para geil gewesen. Einfach damit die Lamm schon mal triggern muss. Ja, also das einzige, was der NPC in diesem Spiel nicht voraussehen kann, ist, wie du wechselst. That's it. Aber das ist halt wild, ne? Okay. Er wird jetzt halt wieder Solar Beam drücken. Ich geh mal auf Elektro Web. Und wechselst du Tortunator. Okay. Bitte geh auf... Fuck. Okay. Mit Overheat ist er auf Minus Zwei. Aber er wird die Beere... Er wird das Herb haben. Auf gar keinen Fall spielt er Overheat ohne das Herb. What? Okay. Aber dann hat er Physical Moves. Dieser Inner Focus, ne? Dieses NT wäre schon auf Minus Drei, ey. Aber er hat einfach diesen Inner Focus. Okay, Incineroar ist halt relativ stark gedamaged. Wäre seine Lamm doch schon... Ah, scheiße. Nevermind. Er hat Steinkante. Ich hab komplett vergessen. Komplett vergessen. Okay, ja. Da kommt der physische Move. Der Darkest Lariat, der seinen Bedroher aber nicht ignoriert, was gut ist. Okay, wir kriegen nicht mal ne Para, Bro. Wir kriegen nicht mal ne Para. Das ist... Das ist fucking crazy. Okay, Stone Edge geht auf Tortunator. Tötet ihn. Cool. Overheat. Ja. Juckt. Wow. Damn. Das hat wieder viel zu viel Schaden gemacht. Okay. Ente ist tot. Jetzt sehen wir noch einen Mon. Jetzt sehen wir noch einen Pokémon. Das zweitletzte, ne? Ah, ne. Das letzte. Hallo, La Knogga. In der Sonne. Mit dem Knochen. Boah. Digga, wie soll ich jemals durch diese fucking Arena durchkommen? Das ist ja crazy. Easy. Holy moly. Okay. Ich muss mir wirklich... Wir kriegen keinen Regen... Wisst ihr, das Ding ist? Wenn wir Regentanz hätten. Oder irgendein Pokémon, was Regen heraufbeschwören könnte. Dann wäre der Kampf mega einfach. Weil alle seine Attacken würden halb so viel Schaden machen. Ähm. Aber wir kriegen sowas nicht. Wir müssen... Wir müssen so irgendwie spielen. Und das ist einfach wild. Na gut. Okay, Freunde. Wir probieren was. Wir probieren etwas. Ich muss nur kurz gucken, was. Gehen wir auf Discharge? Warum nicht? Wenn er durchkommt. Er kommt eh nicht durch. So. Ich habe Hariyama noch ins Team gepackt. Ach, das ist... Digga, äh... Luca... Don't even bother mit Anzeigen, welche Team-Pokémon da sind. Es ist... Lohnt sich in dieser Folge nicht. Wir werden die... Wir werden die... Wir werden die Pokémon noch so oft anpassen. Es wird... Es wird insane. So. Ähm. Jetzt ist die Sache so. Oh, wait a minute. Ich habe verkackt. Null. Pff. Egal. Egal, 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 egal. Ähm. Lass mich kurz überlegen. Me first. Discharge. Ja gut. Strike überlebt. Überlebt. Okay. Interessant. Geht auf R-Slash. Okay. Okay. Das ist fein. Äh. Ich habe Me first auf Schäfer gemacht, weil Discharge sowieso alle Pokémon trifft. Und wenn Schäfer gestorben wäre, hätten wir wenigstens eine Chance bekommen, alles und jeden zu flinschen. Okay. Charizard ist jetzt halb so schnell. Richtig? Gut. Das bedeutet, wir gehen zu Sixpack rein. Fake out und Selesel. Und Powerjam und Charizard? Oder gehen wir auf Electro-Vep? Ja, wir outspeeden in der nächsten Runde eh nicht. Daher. So. Selesel flinscht. Wir outspeeden glücklicherweise. Glurak stirbt. Ey, Leute, wir haben wirklich gar nichts für diese Arena, ne? Also gefühlt unfassbar schwierig, hier irgendwas zu machen, ey. So. Talon Flame. Gut. Talon Flame wird jetzt halt Schäfer zerdeppern, ne? Das ist halt das Ding. Aber er muss Kontakt herstellen, wenn er das will. Und das könnte eine Statik nach sich ziehen. Maybe bringt der Intimidate irgendwas? Wir werden sehen. So, da kommt Flair Blitz. Schade. Statik? Okay. Wichtig. Wichtig, 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 wichtig. Endeavor. Das ist weniger schön. Aber da kommt eh Entei. Und Entei kann ich eh nicht mehr bedrohen. Von daher. We don't care. Ich glaube, Talon Flame wird überleben. Aber... Paraflinch. Und Single Target. Was? How? Hast du Orkan... Wurde Orkanschwinge nicht genervt in dem Spiel? Ja, sowas kann dir halt die gesamte Kalkulation wieder zerbumsen, ne? Ja, jetzt kommt nämlich Fuegro und Entei. Und dann ist auch schon vorbei. Digga, wie willst du gegen so ein Team gewinnen? Wie unfair ist dieses Spiel, Bro? Das ist so dumm. Aber ey, es ist halt Run and Bun, ne? Das schwierigste Pokémon-Spiel, was es aktuell so gibt. Haha. Ähm. Okay. Lumpy wird... Irgendeine dumme... Wird er... Hm, hm. Okay. Ich close Combate mal in Sin. Und geh raus, du No Sixpack. No Sixpack nimmt nämlich... Okay, warte mal. Ich darf Entei nicht flinchen, ne? Weil der hat Inner Focus. Oh, never mind. Er hat selber einfach das... Lul! Er hat selber einfach den Mogel-Heap. Okay, cool. Hm. Okay. Das wird interessant, Bro. Kann ich gegen Marowak überhaupt noch gewinnen? Mit Lumpy? Pff. Wird schwierig. Äh. Gehen wir auf die High Horse Power? Auf Entei? Ich muss halt auf Entei. Und Instant Fake Outen. Das wird nicht reichen. Das haben wir schon gesehen. So, Instant ist geflinched. Boom. Ja, weiß ich nicht, ob der Trade jetzt so... lohnenswert war. Oh. Oh. Well, ich wollte eigentlich Instant Close Combaten. Place Kick wird aber resistiert. Ja, top. Fuck. Das falsche Pokémon get close combated. Aber... Das muss nicht unbedingt das Aus sein. Äh, Rockslide. Knockoff auf Marowak, oder? Ja. Maybe flinchen wir. Ey, wenn wir flinchen, können wir gewinnen. Ist immerhin Kingstein. Schade. Boah, der fickt mich durch die Speckschicht durch. Ja, jetzt muss ich dreimal flinchen oder so, ne? Schade. Oh, wir waren so nah dran. Hätte er das andere gekillt, wäre Insinroar gegen... Gegen, 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 gegen Dingens gewesen. Und dann hätten wir gewonnen. Weil wir haben Close Combat. Oh. God damn it. Oh, das war so knapp. Okay, ich bin jetzt mal einen anderen Ansatz gefahren. Ich habe mit BVB, Strike und Sixpack immer so ein bisschen hin und her getauscht und Mogelheap getradet. Ja, was zum Resultat hat, dass wir... alle Pokémon noch haben. Außer BVB, Strike. Probably, weil jetzt eine Hitzewelle kommt. Oh. Okay. Never mind. Wir haben... Wir haben einen Double-KO. Wir haben zwei gegen ein Pokémon getauscht. Und natürlich ein halbes mit... Poison. Okay. Ja, schwierige Ausgangslage. Ey, Leute, ich weiß wirklich nicht, ne? Also... Vielleicht muss ich das komplette Team nochmal über den Haufen werfen. Aber wir hätten es fast geschafft gehabt gerade. Ey, geht auf Marowack? Damn. Okay. Dann gehen wir auf Wolfie. Please, Talonflame. N-T. Scheiße. Ja, der Intimidate wirkt leider nicht auf N-T. Alles andere wäre gut gewesen, außer N-T. Ah, Mann. Okay, gehe ich hier auf eine Rockslide? Oder was mache ich hier? Ich muss kein da... Bad Tantrum drücken. Und... Sixpack abwerfen. Respekt, okay. Ja, wir können halt niemanden mehr Mogel heben, ne? Das ist das Problem. Poltergeist. Oh, shit. Okay. Yikes. Ja, er hat halt eh noch Fokus. Da kann ich flinchen. Der Dreckige. Okay. Er wird halt auf die Steinkante gehen, oder? Oder wird er auf den Solar Beam gehen in dem Slot, Alter? Stream Speed. Oh. Missy. Bone Meringue. Okay. Das macht nicht so viel. Cool. Okay, wir müssen leider auf Schäfer. An der Stelle. Drücke ich Elektro-Web. Ja. Und Rockslide. Gut, das wird halt nicht killen, außer... Oh, wait a minute. Captain war angeschwächt? Oh, shit. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und das reicht trotzdem. Und das reicht trotzdem. Leider haben wir jetzt unseren gottlosen Vorsprung komplett wieder einholen lassen. Ante ist ein Riesenproblem. Ich brauche irgendwas für dieses verfickte Ante. Ich bin ehrlich, Schäfer hat hier nicht so viel gemacht. Aber Zweikampf-Mons sind halt auch irgendwie zu viel des Guten. Ich gehe auf Flare-Blitz. Und hier Knock-offen wir. Gut. Ja. Das ist einfach zu viel des Guten, Freunde. Freunde, guck mal, wen ich dabei habe. Es ist Thornpotat. Ja, ich versuche mal was ganz Neues. Ich versuche mal mit Bedroharm-Bischle zu spielen. Auch wenn Ante ein Riesen-Fucking-Problem ist. So. Wir gehen auf Fake-Out. Holen Charizardo. Wechseln zu Sixpack. Und dann versuche ich einfach nochmal den Play, den ich gerade eben gemacht habe. Auch wenn der wahrscheinlich mega auf Luck basiert war. So. Da kommt die Dürre. Die Kack-Dürre. Ja, das können wir halt nicht verhindern. Dass der sich irgendwie verwandelt, das ist keine Chance. Er liet mit dem. Das ist das Erste, was passiert. Das ist leider das Ding. BVB-Strike. Können wir BVB-Strike irgendeine Stein-Attacke? Der kann doch safe eine Stein-Attacke haben. Eigentlich müssten wir jetzt Charizardo mit der Stein-Attacke killen. Anstelle jetzt rauszuwechseln. Und, ähm, einen Hit nehmen. Oder? Das wäre eigentlich der Play. Perfekt. Ja. Steht wieder unter keinem guten Stern. Ja, eigentlich wäre das definitiv der Play, oder? Ja, mal sehen, wie das, wie das spielt. So, da kommt Entei. Gegen Entei können wir halt nichts machen. Gefühlt. Außer mit Captain reinkommen. Aber Captain wird halt auch gebumst. Ja, Entei ist das größte Problem des gegnerischen Teams. Es ist wirklich crazy. Wir können gegen Entei fast nichts ausrichten. Guck mal, das ist ein sehr effektiver Step, ey. Ja, schade. Entei greift den richtigen an. Und da bleiben nur noch die Viecher hier übrig. Geht dann auf Endeavor. Ja, wild. Okay. Und das wird nicht mal reichen, weil wir geburned sind, ne? Oh, okay. Keine Ahnung. Irgendwas anderes passiert. Okay, äh, ich gucke mal, ob BVB Strike eine Steinattacke haben kann. Weil dann wäre, dann hätten wir ein Opening. Okay. Das ist wirklich, das ist so ein Rubik's Cube Kampf, ne? Das ist wirklich, das ist ein anderes Level. Also, so, ähm, wir fakeouten Charizardo. Haben bedroht, damit der Mogelheap noch schwächer wird von Celestel. Gehen zu Sixpack rein, falls er sich doch entscheidend auf eine Heatwave zu gehen, was er eh nicht macht. Der verwandelt sich. So, danach kann ich Glurak wieder fakeouten. Und ihn mit einer Steinattacke. Entweder töten oder richtig low bekommen. So, jetzt kommt Rocktoon. Und jetzt fakeouten wir ihn. So, nur Sixpack fakeoutet. Das bedeutet, das müsste eigentlich in, in Range sein. Um Glurak damit zu töten. Okay. Okay. Und nun? Nun schauen wir mal, was kommt. Ente. Was ist denn mit diesem Ente? Warum kommt denn der immer mit Ente direkt? Der Dreckige. Okay. Ich close combatte dieses scheiß Ente. Okay. Extreme Speed. Ja. Wenn er mich jetzt nicht mit Heatwave verbrennt, werden wir diesem Ente richtig Damage machen. Sludge Bomb killt, glaube ich, nicht, oder? Nein. Danke. Thank goodness. Okay. 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 Gehe ich zu Lumpy oder gehe ich zu Captain? Hm. Er hat immer noch Fiaro. Fiaro kann immer noch Solar Beam. Das heißt, wir gehen zu Captain. Und drücken ein Tantrum. Beziehungsweise High Horsepower. Hier wechseln wir einfach mal raus zu Lumpy. Weil Lumpy nimmt Feuer und Lumpy nimmt Stein und Lumpy nimmt Poison Moves. Please don't burn. Please don't burn. Ist eine 50-50. Oh. Okay. Okay. Jetzt haben wir maybe eine Chance. auch wenn jetzt, äh, dieses beschissene Fiaro noch kommt, ne? Okay. Dann nicht. Na gut, was passiert denn jetzt? Ich könnte Selesel High Horse powern und Incinroar bedrohen. Mit Lumpy habe ich halt Steinattacken und die sind sehr wertvoll. Okay. Lassen wir ihn down gehen? Ich glaube, wir lassen ihn down gehen. Oh my fucking goodness. Ja, das Selesel ist halt auch einfach ein Problem, ne? Kannst du machen, was du willst. Ja. GG. Das war sein einer spezieller Move, den er hat. Okay. Aber Incin ist jetzt halt nicht mehr gefährlich. Incinroar ist jetzt nicht mehr gefährlich. Dann heißt es, ich muss zu Sixpack und muss Selesel zweimal Extreme Speeden mit Fake Out. Dark Lariat. Jetzt gehen wir wieder auf einen Extreme Speed auf Selesel und mit ihm gehen wir auf CC auf Incinroar. So, das ist tot. Nicht. Fuck. Okay. Ist er auf Minus 1 und hier... Oh boy. Oh boy. Oh boy. Okay. Ja, wenn er Orkanschwinge hat, dann werden wir halt Selesel nicht killen können, ne? Mit dem Patronen-Hieb. Ich gehe aber trotzdem raus zu Thorn Potat und Bullet Punch Selesel. Bitte geh auf Flairblitz und nicht auf Orkanschwingen. So, da kommt der erste Intimidate. Talon wird jetzt gleich noch noch einen fressen. Und Marowak hoffentlich auch. Und mit Thorn Potat haben wir eine Immunität. Er geht auf Brave Bird, der Wichser. Oh, ich hasse ihn so sehr, Digga. Ja, das heißt, wir werden jetzt auf Thorn Potat wieder einen richtig miesen Move nehmen. Ja, ist das ätzend. Oh Mann, ist das ätzend. Okay. Wir können ihn immer noch einschläfern. Drücken hier auf Extreme Speed. Der Bruder ist halb so strong. Wir haben immer noch eine Chance. Please. Bitte. Bitte Hypnose. Yes. Oh, Thorn Potat! Oh, du bist die dornigste Kartoffel. Das Ding ist, er schläft jetzt safe eine Runde. Aber was tun wir? Das trifft nicht, das trifft nicht. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist seine Headbutton. Wie hoch ist die Genauigkeit von dem Ding? Weil mein Gegner hat immer getroffen. 70. Oder Flinch. Wir haben jetzt leider halt absolut kein Intimidate auf dem. Wenn ich Zen Headbutt haue. Wir könnten ihn Thunderfang, Zen Headbutt, Double Flinch Strine. Oder wir schläfern ihn mit Hypnose ein. Müssen aber kein Datalon Flame umbringen. Weil wenn der aufwacht, ist es wieder Haram. Oh! Okay. Es ist Thornpotat. Ja, der ist jetzt leider halt nicht auf Minus 2, ne? Talon Flame ist jetzt halt auf Minus 2. Das ist das Problem. Okay, Moment. Wenn Talon Flame aufwacht, geht er auf Flare Blitz oder auf Brave Bird und das tötet ihn selber auf Minus 2. Ich muss kein Damarowack jetzt umbringen, weil Damarowack ist deutlich gefährlicher. Kann aber eh nichts mehr machen. Außer dem Elektromove. Und er schläft eh eine Runde. Also es ist safer, einfach Talon Flame zu killen. Okay, das ist Step. Ich sag's nur. Okay. Jetzt haben wir die Chance auf einen Double Flinch und er muss immer noch zweimal angreifen, um beide meine Mons zu töten. So, da kommt Thunderfang. Da kommt Zenheadbutt. Double Flinch Möglichkeit an der Stelle Woke Up in der First Turn by the way. Bone Meringue und ich glaube wir haben's. Und das war ein Crit. First Turn Wake Up und ein Crit danach. Aber ich glaube der Zenheadbutt fitzt ihn. Ich glaube wir fetzen ihn mit ihm. Wir können... Alles andere wird immunisiert. Flannery, du Bitch! Oh, Thornpotat, du Geiler! Oh, was war das für ein Puzzle, Junge! Oh, Junge, 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 mit den zwei Hypnose-Treffern. Und das ist der Heat-Badge. Ey, drei Viertelstunde Part. Ey, Leute, lasst mal einen dicken Daumen da für die Dreiviertelstunde hier. Scheiße. Ich hoffe wirklich, dass es für euch nicht zu weird ist, weil ja, die ganzen Schnitte und so, wenn ich halt die schlechten Tries rausnehme, wenn wir geburnt werden müssen oder irgendwas passiert. Ich wünsche, du hättest das vorher. Ja, ich wünsche auch, das hätte ich bevor. Okay, but now challenging gyms, you're trying hard. I bet I think I can challenge Viona. I'll learn to surf. If you're thinking that Okay, wir können jetzt surfen und wir haben den Mega-Ring, aber kein Mega-Stein. Ja, ey, ich hoffe halt, dass die Tries euch nicht zu den Ohren raushängen. Wie gesagt, ich schneide halt immer die raus direkt, wo ich schon sehe, dass das nichts wird und wobei das, also ihr habt keinen einzigen Shrine nicht gesehen. Nur den Anfang und dann habe ich die weggeschnitten. Aber meine Fresse, Thornpotat, hat es einfach gerissen, Alter. Ja, einen Flairblitz hättet ihr halt nicht genommen, ne? Alter Thornpotat, du bist ne geile Sau. Ey, Leute, lasst einen Daumen da, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, hier in Pokémon Run and Bun, wo wir jetzt Mega-Steine haben und hoffentlich die nächste Arena-Leiterin nicht so ne Sau wird, aber ich habe schon einen Verdacht. Tja, bis zum nächsten Mal.